Was wollen Sie? Wir hätten gern den Passierschein A38. Eintragung einer Galerie oder sind Sie hier falsch? Wenden Sie sich dann die Hafenkommandantur unten im Hafen. Wieso? Und wenn die Polizei da kommt, dann kann ich mir wirklich nichts vorwerfen. Ich hab's versucht, rechtssicher anzubauen und zu ernten. Ich krieg keine Antworten, ich weiß nicht wie, also mach ich so, wie es im Buche steht. Hallo, liebes Cannabinus-Publikum. Ich bin der Micha und frage mich gerade, ob unsere VolksvertreterInnen uns, mich und euch ins Messer ewig gestriger Cannabisjäger laufen lassen wollen. Ich hab im Bundesgesundheitsministerium und im Justizministerium angefragt, wie ich das mit den drei Pflanzen denn rechtssicher wirklich durchziehen kann. Ich bekomme die Antworten, die ich seit Monaten brauche, nicht. Und deswegen geht's jetzt einfach so los. Ihr wollt nicht verpassen, wann meine Pflanzen anfangen zu blühen? Dann nicht vergessen, abonnieren und die Glocke drücken. Vielen Dank. Ja und bevor es um meinen kleinen Grow und die ganzen Anfragen dazu geht, muss ich euch erstmal eine wirklich gute Nachricht verkünden. Wie der Spiegel und zum Beispiel auch der Branchenverband berichtet, soll das Landwirtschaftsministerium jetzt federführend für die Modellprojekte sein und zwar ab sofort. Da kursiert jetzt gerade eine Verordnung, die heißt Erlaubnis und Überwachung des Umgangs mit Cannabis zu wissenschaftlichen Zwecken. Und die darf jetzt vom Bundeslandwirtschaftsministerium im Prinzip vergeben werden, ja. Das heißt, der Cem Özdemir, das ist ein Minister von Grünen, ja, der war sogar schon mal bei mir in der Sendung. Und ich weiß eigentlich, der hat richtig Bock auf sowas. Also der möchte gerne die Modellprojekte für Shops so schnell wie möglich haben. Und ich muss mal sagen, das war ein richtig schlauer Move der Ampel und ein richtig schlauer Move vom Karl Lauterbach, weil das wird jetzt so über eine Verordnung geregelt, dass bis zur Abstimmung zur Säule 2 schon haufenweise Modellprojekte existieren könnten. Und dann ist die Säule 2 ja natürlich noch schwieriger umzuschubsen. Also im Prinzip wird der Cem Özdemir jetzt der Herr der Pilotprojekte für Cannabis-Fachgeschäfte. Und ich würde mal sagen, diese Verordnung ist ähnlich dem Experimentierartikel in der Schweiz. Da habe ich ja schon öfter zu berichtet. Und da könnte es sein, dass jetzt innerhalb eines Jahres schon Tatsachen geschaffen sind. Und wie so eine Clubs und so eine Fachgeschäfte als Pilotprojekte, als Modellprojekte funktionieren, könnt ihr euch demnächst bei mir auf dem Kanal angucken, weil ich plane gerade für nächsten Monat eine Reise in die Schweiz. Und dort werde ich von den ersten Fachgeschäften Pilotprojekten und von den ersten Cannabis-Clubs Pilotprojekten auch direkt mal berichten. Und übrigens war ich auch gerade mit Arte da. Und am 29.05. kommt auf Arte Reh dann eine Doku, wie ich mich in der Schweiz schon mal kundig gemacht habe zum Anbau in den Cannabis-Clubs und zum Verkauf in Fachgeschäften. 29.05.1940 auf Arte nicht vergessen. Und diese Verordnung, das war doch schon ein sehr geiler Move, fernlich, vom Karl Lauterbach. Das hätte ich ihm angesichts, sage ich mal, der anfänglichen Zögerlichkeit gar nicht zugetraut. Und auch in der SPD hat man ja gesehen, da gab es so viele Widerstände. Da waren selten Leute, die Bock drauf hatten, so etwas zu regulieren. Ich erinnere da nur an die Frau Feser, die da einen kanaphoben Staatssekretär herangesetzt hat, sozusagen an die Details zur Cannabis-Regulierung. Und deswegen war das doch ein sehr schlauer Move, dass der Karl Lauterbach jetzt gesagt hat, okay, dann machen wir jetzt mal eine Verordnung. Ja, das ist halt auch kein Gesetz, das geht ganz schnell. Und ich suche mir ein Ministerium, was richtig Bock hat auf die Regulierung. Und da bin ich mir sicher, Cem Özdemir und das Landwirtschaftsministerium sind genau der richtige Ansprechpartner dafür. Also wir machen hier die Rechnung mit dem Wirt und so ist es heute auch. Super geil, um drei Ecken gedacht und vorher den Mund gehalten, damit die Kritiker aus den eigenen Reihen nicht noch mehr Wasser auf ihre Mühlen kriegen. Ja, Herr Grote und Frau Feser. Und ja, jetzt ist es dann hoffentlich bald soweit mit den Modellregionen. So viel zur politischen Intelligenz. An anderer Stelle verzweifle ich leider an der politischen Sturheit, besonders wenn es um den Eigenanbau, wenn es um den Anbau von drei Pflanzen geht. Für die, die das damals nicht gesehen haben, ja, ich habe vor einem guten halben Jahr schon mal im Bundesgesundheitsministerium angefragt, weil ich weiß nicht, wie ich diese drei Pflanzen rechtssicher anbauen soll. Als Cannabis-Experte, als Fachbuchautor weiß ich, dass aus drei Pflanzen mehr als 50 Gramm Ernte rauskommen. Ich habe das damals schon kommen sehen, habe im Bundesgesundheitsministerium angefragt und habe zur Antwort im Prinzip Textbausteine bekommen. Ein Wachsen aus dem für die Anzucht verwendeten Vermehrungspaterial im selben Zeitpunkt mehr als drei Pflanzen pro volljährige Person des selben Haushalts heran. So hat die anbauende Person sämtliche über die Zahl von insgesamt drei hinausgehenden Cannabispflanzen unverzüglich und vollständig zu vernichten. Auch das war nicht meine Frage. Mir ging es da eher um die Ernte. Das heißt, ich bin jetzt immer noch nicht schlauer, wie ich das mit meinem Team machen soll, dann die drei Jungpflanzen anbauen, sobald es legal ist. Die entsprechende Sendung dazu findet ihr hier auf meinem Kanal. Und jetzt habe ich immer noch das Problem, wenn ich mehr als 50 Gramm ernte, die mir da blühen, ja sozusagen, dann mache ich mich strafbar und mein Kameramann gleich mit, weil er das dokumentiert. Ja, das ist sozusagen dann eine Beihilfe zu meiner Straftat. Und das alles will ich und wollte ich nicht riskieren. Ich traue mich ja kaum, meine drei Pflanzen blühen zu lassen. Das habe ich ja im Vorspann schon mal gesagt. Und deswegen habe ich jetzt nochmal nachgefragt letzte Woche. Und ihr werdet euch wundern, auch da gab es jetzt wieder so eine Art Bullshit-Bingo. Das Justizministerium meint immer noch, dass das Gesundheitsministerium zuständig sei. Die haben mir bisher immer noch nicht geantwortet. Sorry, dass ich hier in meine eigene Sendung so reingrätschen muss. Das BMG hat mir nämlich zwölf Stunden vor der Sendung geantwortet. Und ich habe es aus dem Spam-Ordner eben rausgefischt. Das tut mir wirklich leid. Aber da kamen auch ein bisschen mehr als nur ein paar Textbausteine. Und deswegen, um dem gerecht zu werden, lese ich euch jetzt einfach mal den entscheidenden Absatz vor. Das Gewicht nach dem Trocknen bezieht sich auf konsumfähiges, getrocknetes Cannabis. Mit dieser Regelung wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass im Rahmen des privaten Eigenanbau geerntetes Cannabis ein hohes Feuchtgewicht hat, das ein Vielfaches des konsumfähigen Trockengewichts darstellen kann. Für die zulässige Besitzmenge ist der Zeitpunkt nach der Trocknung entscheidend. Übersteigt die Besitzmenge nach der Trocknung 50 Gramm, so ist das überschüssige Cannabis unverzüglich zu vernichten. Ja, schön und gut, aber da frage ich mich jetzt nicht zum ersten Mal und euch auch. Wer entscheidet denn, wann die Trocknung beendet ist? Ja, ich weiß zum Beispiel, im Strafrecht wird das auf 0% runtergetrocknet, im Exicator, damit der THC-Wert schön hoch ist. Medizinisch sagt man 10 bis 20%, dann ist es ordentlich trocken. Da gibt es aber keine genaue DIN-Norm. Und ich finde das schon ein bisschen krass, dass in Deutschland alles genau geregelt ist. Aber hier, das ist ein bisschen, sage ich mal, sehr schwammig. Ich könnte ja auch behaupten, mein Cannabis ist erst trocken oder konsumfähig, wenn es 0% hat, weil ich will überhaupt keine Feuchtigkeit konsumieren oder so. Und wie gesagt, kann man jetzt auch nicht so viel mit anfangen. Aber die Sachen mit dem Einfrieren, die habe ich euch ja schon öfter erzählt, die könnte da mit abgedeckt sein, weil dann ist es ja noch nicht trocken. Aber da habe ich leider auch keine konkrete Antwort drauf gekommen. Keine Ahnung. Außerdem, also feuchtes Cannabis ist auf eine Art auch schon konsumfähig, wenn ich es zum Beispiel verbacke. Ja, ich kann es ja dekaboxikulieren und verbacken. Dann ist es konsumfähig, wenn es feucht ist. Also das sind alles Dinge, die müssten in dem Gesetz etwas genauer definiert werden. Oder man macht es wie in anderen Ländern und passt die Eigenanbaumenge einfach ein bisschen an und schreibt dahin die Ernte aus bis zu drei Pflanzen oder so. Ja, aber so finde ich, das geht überhaupt nicht. Da macht man sich mit über 50 Gramm eventuell strafbar, weiß aber noch nicht mal, wie viel Restfeuchte das haben darf. Und ich bin mir auch sicher, wenn das genau kontrolliert wird, wird das nicht unbedingt zum Gunsten des Grauers ausgelegt. Alles sehr, sehr schwammig und das ist, denke ich, einem deutschen Cannabis-Gesetz nicht würdig. Ja, also die konkreten Fragen für mein journalistisches Projekt Treibpflanzenanbau wurden leider immer noch nicht genau beantwortet. Nur für die Samen, die Frage mit den Samen, was ich jetzt machen soll, wenn eine Pflanze 100 Samen oder so produziert, da wurde ich ans Landwirtschaftsministerium verwiesen, an den Herrn Özdemir. Was kann ich für Sie tun? Wir möchten gern den Passierschein A38 haben. Oh, da sind Sie hier falsch. Versuchen Sie mal Schalter 2. Gleich hier nebenan? Nein, das ist Schalter 8. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wo Nummer 2 ist. Da werde ich natürlich ans Landwirtschaftsministerium eine Anfrage zu stellen. Die kommt dann in eine der nächsten Sendungen. Was ist eigentlich, wenn meine Pflanze tonnenweise Samen produziert? Zugegeben, das war jetzt schon ein bisschen mehr als ein paar Textbausteine, aber eine bessere Info war das auch nicht. Wie ich das Ding jetzt rechtssicher durchziehen kann, weiß ich bis heute nicht. Deswegen, ich bleibe dran und ihr hoffentlich auch. Und jetzt geht es erst mal weiter mit der Sendung. Ich bin trotzdem der Meinung, dass das Justizministerium zuständig ist. Ja klar, das BMG hat das Gesetz ausgearbeitet, aber bei der Umsetzung von Rechtsfragen ist in meinen Augen der Justizminister verantwortlich. Was soll der lauter aber auch mir denn zu Rechtsfragen antworten oder sein Ministerium? Das geht ja gar nicht. Jetzt habe ich überlegt, zu warten, bis ich die Pflanzen blühen lasse, ob ich nochmal nachfrage und nochmal Antworten kriege und nee, Ende. Ich fange jetzt einfach an. Und für alle, die fragen, was ist denn mit deinen drei Outdoor-Pflanzen, deinen Dillenburg, die du damals auf Insta gepostet hast, die sind nichts geworden. Deswegen, jetzt geht es erst mal um meine drei Pflänzchen im Schrank. Was steht denn bei euch im Garten oder im Schrank? Ja, ich habe hier eine *** und zwei unbekannte Schöne, sage ich mal. Jetzt verrate ich euch später, was das ist. Will euch ja nicht beeinflussen. Und von euch möchte ich heute wissen in den Kommentaren, was steht denn bei euch drin? Dankeschön. Ja, und während ich das jetzt so mache, während ich die Pflanzen blühen lasse, also die Zeitschaltuhr dann demnächst auf 12.12 geschaltet habe, könnt ihr bei mir auf den Social Media gerne mal kibitzen. Da werde ich sicher das eine oder andere Bildchen oder die ein oder andere Story posten zu. Ja, da könnt ihr euch dann mal umschauen. Und das Problem dabei ist, bei der Ernte kann ich ja jetzt auch nicht sagen, das sei fahrlässig, ich hätte es nicht gewusst. Weil ich weiß genau, dass da mehr als 50 Gramm rauskommen. Also ich werde ganz gechillt ein bisschen Dünger dabei geben, Bio-Dünger natürlich. Aber ansonsten werde ich da jetzt nicht, sage ich mal, versuchen, das letzte Gramm aus dieser Pflanze rauszuholen. Und mit 190 Watt habe ich jetzt auch keine Riesenlampe da. Ich denke, da bewege ich mich ganz gut im Durchschnitt. Ja, 70 mal 70 Zentimeter. Also eine ganz kleine Blühfläche, eine 190 Watt Lampe. Und deswegen sind wir alle mal gespannt, wie viel da rauskommt. Was meine Anfragen da an die Ministerien betrifft, frage ich mich, was soll das eigentlich? Ich versuche jetzt seit einem halben Jahr rauszubekommen, wie ich das durchziehen soll. Und jetzt riskiere ich wieder was und werde mit Textbausteinen abgefertigt, wo der Fehler doch im System eigentlich liegt. Das erinnert mich an Stefan. Der hat nämlich jetzt ein Urteil bekommen, der Stefan von Hanfzeit. Ganz ähnlich. Ändert sich da was für dich im Kange? Ich glaube, im Kange wird sich für uns nichts ändern, was den Nutzhanf betrifft. Weil der Nutzhanf wird, glaube ich, genauso, wie es momentan im Betäubungsmittelgesetz steht, wird der 1 zu 1 eigentlich kopiert ins neue Kange. Das heißt, da bleibt immer noch das gewerbliche, wissenschaftliche Handeln, wo immer noch der Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen sein muss. Das heißt, da gibt es immer noch genug Angriffspunkte, die wir eigentlich momentan so nach und nach eigentlich alle abarbeiten vor Gericht. Das heißt, Nutzhanflüten sind ab dann im Prinzip illegaler, noch illegaler als echte Blüten. Das könnte sein. Oder es ändert sich auf jeden Fall nichts dran. Ja, klar. Ihr erinnert euch vielleicht, da hatten sie im Gutachten die Kommas aus Versehen um zwei Stellen verschoben und einen viel höheren THC-Gehalt in seinen Nutzhanfprodukten festgestellt, als eigentlich vorhanden war. Und der Staatsanwalt hat wirklich jahrelang insistiert, Stefan irgendwie zu verurteilen. Dann gab es kurz nach der Sendung, die ich dazu gemacht hatte, auf einmal eine Verschiebung des Prozesses. Dann haben sie sich, obwohl sie es schon wussten, obwohl sie schon darauf hingewiesen wurden, war richtig intensiv mit den Gutachten beschäftigt und haben gemerkt, Mensch, da hat doch ein Polizist einen Fehler gemacht. Und den haben sie dann vor Gericht vorgeführt. Aber in meinen Augen muss doch der Staatsanwalt die Verantwortung übernehmen, weil der leitet ja die Ermittlungen und nicht der Polizist. Und der muss das doch natürlich auch prüfen, bevor es zur Anklage kommt. Oder wenn der Anwalt von Stefan ihm schreibt, guck mal, da ist ein Fehler, das vielleicht nicht ignorieren. Und dann in letzter Sekunde stattdessen die Verhandlung verschieben und dann, jetzt kommt's, der Oberhammer ist, dann hat er eingesehen, Mensch, so kriege ich den Typen ja gar nicht verurteilt. So viel THC war das ja dann alles gar nicht. Also stellen wir es gegen eine Geldstrafe von 2.000 Euro ein. Und natürlich ohne Schadensersatz. Nun frage ich mich, okay, Einstellung, gut, er hat einen Fehler gemacht, den er eigentlich gar nicht verantworten will, aber er müsste ihn verantworten. Und dann zahlt Stefan 2.000 Euro dafür, dass es eingestellt wird. Ja, 2.000 Euro für nix oder was? Ja, für eine Einstellung dafür. Also, wie gesagt, da bin ich an die Grenzen meines Rechtsverständnisses gestoßen bei so einem Deal. Das Problem dabei ist, der Stefan klagt seit 20 Jahren und der hat jetzt einfach keinen Bock mehr, in die nächste Instanz zu gehen und nimmt dann diese Strafe für nix an. Ja, Grüße von hier. Danke für den Kampf, Stefan. Aber ja, in gewisser Weise ist es wirklich nicht nachvollziehbar, besonders wie hier unsere Nutzhanfbauern und unsere Nutzhanfhändler immer noch von den Staatsanwälten angegangen werden. Unvorstellbar. Die Sache mit Stefan erinnert mich so ein bisschen an, wie man im Osten die Schuld zugewiesen hat, ja. Weil das System durfte nie in Frage gestellt werden und dann werden halt Einzelne rausgepickt. In diesem Fall halt der Polizist, in die beiden Kommas verrutscht sind. Aber das System, sprich der Staatsanwalt, der das Ganze ins Rollen gebracht hat und eigentlich ja auch die Ermittlungen leitet, ja. Der wird nicht in die Verantwortung genommen und das System dadurch auch nicht angezweifelt, ja. Dieses System, das hier Nutzhanf auf einmal zu einer rauschfähigen Droge erklärt wird, ja. Was ja seit Jahren schon ganz übel ist. Das erinnert mich so ein bisschen an die Rechtsauffassung im Osten, ja. Wo man dann einzelne Leute exponiert hat, nur um das System an sich nicht zu kritisieren oder in Frage zu stellen. Ja, und da komme ich wieder zurück zur Anfrage. Jetzt, wo wir es Recht auf unserer Seite haben, auch wie bei Stefan, werden wir halt mit Ignoranz bestraft, ja. Und deswegen, ich lege jetzt einfach los, ernte alles und wieg's vor euren Augen, wenn's dann fertig ist, ja. Ende. Und wenn die Polizei da kommt, dann kann ich mir wirklich nichts vorwerfen. Ich hab's versucht, rechtssicher anzubauen und zu ernten. Ich krieg keine Antworten, ich weiß nicht wie. Also mach ich's so, wie's im Buche steht. Ernten, trocknen und lagern. Sicher lagern natürlich. Vom Zugriff meines 14-jährigen Sohnes ist es natürlich geschützt, aber ganz sicher. Psst, komm mal her, komm mal her. Ich wollte mich erst mal bei meinen Patreons bedanken. Ihr helft mir, Buschmann und Lauterbach, so schön zu nerven, wie ich's gerade mache wieder, ja. Denn, äh, kostet Zeit, kostet Nerven solche Anfragen. Und wenn ihr mich noch nicht auf Patreon unterstützt und mir dabei helfen wollt, der Politik auf dem Zahn zu fühlen, so wie dem Justizminister und dem Gesundheitsminister, dann unterstützt mich doch einfach auf patreon.com slash der Micha. Vielen Dank. Und jetzt fragen mich natürlich einige, was machst du denn mit dem Vito? Kriegst es doch aus der Apotheke, du hast doch eine herzliche Verordnung. Ja, ihr wisst doch, ich hab ein Buch geschrieben, Cannabis-Extraktion, und das Buch braucht ständige Updates und ich bin jetzt endlich froh, dass ich selber nicht irgendwie durch die Gegend reisen muss, sondern mir mein Material, um mein Buch abzudaten, selber anbauen kann, ja. Und dann kann ich das nachher immer noch vernichten oder ich kann das, wie ich es in meinem Buch beschreibe, zum Beispiel das THC komplett extrahieren, mechanisch, und dann kann ich mich am Rest gütlich tun, ja. Und wie gesagt, ich bin froh, endlich wieder eine Basis zu haben für meine Expertise, für mein Fachwissen, um selber mein Fachwissen zu erweitern und ich muss das am Ende nicht konsumieren. Und ich hoffe, das ändert sich irgendwann, weil dann darf ich es natürlich verschenken, aber davon darf ich jetzt derzeit noch nicht reden. Deswegen, wer wissen will, was ich mit meinem Read mache, liest am besten mal mein Buch. Ja, Leute, also wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen hilflos, ich bleib auf jeden Fall dran, ich lass mir das nicht vermiesen. Da liegt noch viel im Argen und deswegen, Leute, bleibt mir auf meinem Kanal treu, denn ich werde den Sommer unter anderem dazu nutzen, unsere Regierenden zu fragen, zu nerven, wie man denn im Kangeh die Dinge umsetzbar machen kann in Zukunft. Ja, was lernen wir daraus? Heute ging es ja vornehmlich um den Eigenanbau und wir sehen, sowohl im Justizministerium als auch im Gesundheitsministerium braucht man unbedingt Menschen, die sich mit dem Eigenanbau im Kleinen auskennen. Ja, es braucht einfach Menschen, die wissen, wie man drei, vier Pflanzen realistisch zu Hause anbauen kann, ohne das kommerziell auszudutzen. Und deswegen ist da jemand notwendig, der den Homegrowing-Paragrafen entsprechend umbaut, der die gut berät. Und mir scheint es, die haben bisher nur Juristen und, sag ich mal, Menschen, die sich mit Cannabis-Anbau im großen Stil auskennen, gefragt, wie das denn alles so vonstatten geht. Aber Menschen, die sich mit drei Pflanzen auskennen, mit dem Heilenanbau, wurden da bisher nicht gefragt. Und das wäre doch gar nicht so schwer, da mal nachzuhaken. Gibt es doch genug Leute, wirklich. Gibt es denn da keine Interessensvertretung für die kleinen Grower? Ja, und auch wenn es ein bisschen wehtut, auch wenn man sich mit solchen Anfragen so ein bisschen belächelt fühlt, ja, ich verspreche euch, ich werde die weiter nerven, weil ich möchte, dass ich und dass ihr alle auch rechtssicher eure drei Pflanzen anbauen könnt. Und wer soll es mir denn sagen, wenn nicht die, ja? Und wie gesagt, ich fühle mich da auch ein bisschen dämlich, beider ständig nachzufragen, aber ich bleibe trotzdem dran. Ja, danke. So, das war es dann doch schon wieder fast für heute. Ich hoffe, euch hat die Sendung, euch hat die Recherche wieder gut gefallen. Bleibt mir nur noch übrig zu sagen, besucht mich doch ab und zu mal auf Instagram, der Micha mit einer 3, auf Facebook, Michael Knot. Unterstützt mich auf Patreon.com slash der Micha und treibt es auf gar keinen Fall zu dolle. Wir sehen uns spätestens in zwei Wochen hier auf diesem Kanal wieder. Bis dahin sag ich einmal Tschüss.